Ein kleines Hühnchen mit großem Herz stürzt sich nach vorne, wir wenden wir uns vor lauter Dingen gibt's viel zu tun es wachsicht ein Adventure da ist ne Ruhig, da ist ein Schreck vor lauter Dingen gibt's viel zu tun komm mit auf meine Friendschaft und wenn was steht, wird nicht mehr Zeit weißt ja morgen, ist auch mein Tag und lauter Dingen gibt's viel zu tun so ist es meine Friendschaft Huuuuh Irgendjemand hat sich beschwert, mein Glas wäre am vollsten in den Kommentaren das ist, weil ich am schnellsten trinke, aber das hat keiner gesagt was, ein bisschen wehleidig Ja, mir brennen die Augen und die Hände vom Klatschen und Gerüter Die Augen? Oh Von dem Salz in den Tränen oder was? Salz, Tränen und trockene Luft, aber auch ein bisschen Jetzt, ne? Jetzt, sehr guter Moment Hallo, hier sind wir wieder Hallo Noch einmal Jetzt schwitzt ich schon vor, bevor es los geht Jetzt ist halt keiner pudert Hallo, hier sind wir wieder, der Jojo Und die Jenny Zum allerletzten 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 Tag von unserem Comic Talk und von diesem Seminar Und zwar ist das der sechste Tag Ich mach das diesmal alleine Ja, ich hab noch überlegt, ob man fancy irgendwie jetzt extra stellen kann Aber nein Ja, weißt du, wer hätte das so machen können? Ich hätte das so gemacht und ich hätte das so gemacht Ja, verdammt Nächstes In zwei Jahren dann wieder Genau Ja Punkt eins Sophia Genau, wir fangen an wie immer Ich hab überlegt, was ich gut fand Ist zum einen diese wunderschöne Doppelseite Wo verschiedene Künstler ihre Interpretation von Amazone, Lara Croft dargestellt haben Außer Martin, der hat es falsch verstanden Der hat sich als Superheld dargestellt Nein, trage mal Der Martin hat mich auch fast Und meine Kitschekäse-Comic mit Ralf König Der von Ralf König gelobt wurde Das ist toll Wir hoffen, er isst heute auch nochmal Kitschekäse Dann sehen wir es mit völlig anderen Augen Ich finde, was wir auch einfach mal erwähnen sollten Was wir bisher noch nicht gemacht haben Ist diese tolle Serie der alten Knacker Weil die gab es nämlich jetzt einfach zu jeder Ausgabe Das stimmt Und deswegen ein ganz großes Lob an die zwei Autoren und Zeichner Weil das ist immer in einer Kombination passiert Nils und Jan Aus Nils und Jan, genau Entschuldigung Nächster Punkt Stimmen wir schon gerne Lesungen Nicht nur am Donnerstag Nein, gestern war noch eine Lesung Eigentlich Eigens für den Bürgermeister Aber der konnte nicht Die Besten der Besten herangekratten Um hier nochmal aus den Comics vorzulesen Aber der Bürgermeister war nicht da Aber ich glaube, wir hatten trotzdem viel Spaß Ja Und der Bürgermeister sei entschuldigt, weil das Kind krank geworden ist Ja Und das Passte finde ich thematisch ganz gut, weil wir haben gestern auch über Kinder gesprochen Muss man entschuldigen, ist halt so Ne, kann man nichts machen Ist halt so Angefangen hat Franziska Rufler Das ist immer schön Die man auch im Intro gesehen hat Adventurehuhn Mit ihrem Adventurehuhn Also, ich bin jedenfalls Prinzessin Molly Ja, war lustig Ich habe es gestern endlich auch gekauft im lokalen Buchladen Nachdem sie überall ausverkauft waren, musste ich das halb im Internet bestellen Aber dann in den Buchladen liefern Ich glaube, dass es gilt Ansonsten hatten wir noch gelesen Der Detlett hat zum Beispiel gelesen Martin hat gelesen Die Seda hat gelesen Und dann bin ich irgendwann gegangen Die Birgit hat diesmal nicht gelesen, aber die Sonja hat gelesen Sonja hat gelesen Das war Hertha, glaube ich Und Nils Ostkamp hat gelesen Richtig, sehr gut Wir kommen langsam auch durcheinander, weil wir so viele Fragen haben Wir können das gar nicht mehr auf die einzelnen Tage unterbrechen Lass uns schnell zum nächsten Punkt weitergehen Genau Die Demo Heute war Friday for Future Aber globaler Streik Und auch wir waren da Du warst da, hast Fotos gemacht, gezeichnet und gefilmt, habe ich gehört Genau, ich habe auch die Arme gehoben und ich habe gehüpft, weil ich gegen Kohle war Ich habe gesagt, Zukunft Wie war der Altersdurchschnitt? Ist das noch so eine Kinder-Jugend-Veranstaltung? Wir standen ein bisschen am Rand Und ich habe so geguckt Ich fand schon auch sehr viele Silber-Protestanten, würde ich schon sagen Silber-Demonstranten dabei Also Und es ist nicht nur was für die jungen Leute Es ist auch was für die älteren Leute gewesen, hat man gemerkt Aber auch tatsächlich viele Schüler Und was ich ja auch total toll finde, Schulklassen, die hingegangen sind Also mit Lehrern und Kindern, die einfach Ich glaube, die waren nicht älter als sechs Also fand ich toll und ich bin froh, dass es diese Bewegung gibt Und ich freue mich, dass auch in Erlangen, einer Stadt, die jetzt nicht so groß ist, eine so große Demonstration war Das ist schön Das war wirklich schön Nächster Punkt Also bei mir steht nächster Punkt schon, dass wir unsere Gäste begrüßen Nee, du hast noch mal die Leserbriefe noch Lisa Frühbeiß, eigentlich als Teilnehmerin dieses Seminar gemeldet Hat sich dann doch entschieden, lieber nach Kanada zu fahren Um dann in einer riesigen Villa für zwei Monate auf Kosten des Staates Ich weiß gar nicht, wer das bezahlt Irgendjemanden Ich glaube Bayern zahlt es Bayern zahlt es Aber Lisa, du kannst das auch gerne in den Kommentaren klarstellen, wenn du etwas Falsches behauptest Alles klar, was wir falsch erlauben Aber die Lisa arbeitet da an ihrem Comic, das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen Und es scheint sehr langweilig zu sein in der riesigen Villa, in einem Park mitten in Kanada Denn wir bekommen sehr viel Falsches von Lisa Und wieder höchst die Zeilen über Telegram Ja, Verbesserungsvorschläge, aber auch Kritik, wenn wir mal historisch falsche Behauptungen aufgestellt haben Ja, es wurde darauf hingewiesen, dass es sogenannte Lehnwörter gibt Wo der Comic dazu zählt Und da verhält es sich so, dass die Wörter in unsere Sprache übernommen werden Dann zuerst sechnisch bezeichnet werden als mit das Aber dann im Laufe der Zeit Artikel bekommen, wie der Comic zum Beispiel Und es dann beides gleichzeitig benutzt wird Was aber nichts darüber aussagt, was nun richtig ist Also wir könnten jetzt eigentlich auch hingehen und sagen, wir nennen es die Comic Ja, und dann hoffen, dass es sich durchsetzt Dass es sich durchsetzt Dann sollten wir die Frage an das formulieren Der, die, das Comic Nee, nee, jetzt müssen wir alles normal machen In zwei Jahren Auf jeden Fall vielen Dank auch für die vielen Chipmunk-Fotos Für die Frühstück-Fotos Für diese Viecher, die so krabbeln Diese Tausend-Füßler Nein, das waren Tausend-Füßler Ach nee, das stimmt, danke für die Tausend-Füßler-Fotos Das sind Chipmunk Ich dachte, du meinst die Nein, 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 das war schon Und falls jemand auch Lust hat, uns Bilder seines Frühstücks zu schicken Wie er unseren Podcast schaut Oder von irgendwelchen Tieren, die man im Wald findet Wir sind immer offen Genau Einfach in die Kommentare oder an unseren Instagram Ja, wir stoßen an Oh, ich habe schon getrunken Nein, wir haben noch nicht getrunken Auch wenn es heute ein bisschen so wirkt Denn jetzt kommen die Star-Gäste der ganzen Woche Ja Unsere Dozenten Genau, das ist der krönende Abschluss Mit Ralf König und Birgit Weihe Und die haben uns jetzt die ganze Woche begleitet Unsere Projekte sich in sich einverleibt und kritisiert und vorangebracht Gerade eben hatten wir noch eine schöne Abschlussrunde Wir sind quasi die Projekte alle nochmal abgelaufen Die hängen hier draußen an Stellwänden, heißt dadurch der professionelle Begriff Und da sind wir alle abgelaufen und jeder hat fünf Minuten zu seinem Projekt gesagt Und es wurde sehr viel gelobt, das war mir schon Aber auch zu Recht Also ich fand auch das neben mir zu Recht Es war ja auch nicht immer schön Aber es sind wirklich tolle Arbeiten entstanden Und ich finde, wir sollten vielleicht auch am Ende nochmal all die Teilnehmer, die wir nicht interviewen konnten Irgendwie zumindest vernamentlich nennen Dann kann sich der Interessierte auch im Nachhinein informieren Vielleicht blenden wir an dieser Stelle einfach unsere Social Media Liste ein Ich hoffe, das ist okay für jeden Teilnehmer Ich denke schon, sonst wären wir nicht bei Social Media, oder? Sonst würden die es nicht draufschreiben Oder haben die es nur für uns draufgeschrieben? Du kannst ja nicht Ja, das wäre dumm Einen Instagram-Account haben und willst nicht, dass sich jemand anguckt Secret Instagram Und dann ist er gesperrt Findet es heraus, wer von den Leuten auf der Liste gesperrt ist Und dann aus welchem Grund Und dann bitte nicht belästigen Und jetzt ist es soweit, wir rufen hier rein Birgit und Ralf Herzlich Willkommen in unserem Podcast-Format Wir sind Profis und fragen als erstes, was wollt ihr trinken? Wasser Achso, wir haben Wasser oder Wein Wir trinken übrigens Wein Maracuza-Schorle Nein, Wein Na, sehr gut Ja, gleich Frage von und weg Wie waren wir? Ach super, ganz großes Kino Jetzt geht das Gelobe weiter Jetzt geht das Gelobe weiter Ich glaube, wir sind heute auch aufgeregter als die anderen Male Aber vielleicht einmal kurz zu euch Was wir total toll finden an dem Seminar Ist, dass ihr beide sehr unterschiedliche Art und Weisen habt Die Themen anzugehen und eure Projekte Und überhaupt inhaltlich Und wir fanden das total bereichernd Dass ihr verschiedene Perspektiven habt Und anbieten konntet Und wir haben uns aber witzigerweise überlegt Ihr habt aber auf jeden Fall eine Gemeinsamkeit Und zwar Thema Nicht-Digitalisierung Ist auch wahr General wurde ja jetzt schon halb digitalisiert Mit seiner Schrift Wie siehst du das eigentlich auch, Birgit? Kommt das mehr von dem anderen, Reif? Oder war das auch dein Anliegen Mit der Schrift? Deine Schrift zu digitalisieren Ich hatte mal vor vielen, vielen Jahren Irgendeine Art von Nervenleiden Ich habe keine Ahnung Ich konnte beim Zeichnen den Stift nicht mehr richtig halten Das war vielleicht Leistungsdruck Was die Psyche mit einem macht Jedenfalls ich habe gezeichnet Und sofort verkrampfte sich meine Hand Und ich habe dann wirklich wie so ein Ich habe den Stift so richtig festhalten müssen Um diese Rundungen zu kriegen Das hat man so kriegelig, wie ich daraus gezeichnet habe Ich habe den Zeichen nicht mal so angemerkt Aber beim Schreiben Das war total schwierig Bist du Linkfinder? Ja Dann ist Schreiben ja so nochmal irgendwie Nö, das ist gar nicht Ach nee, du machst nicht mit Tusche, ne? Ob rechts oder links Nee, weil mit Tusche verwischt du es halt immer Nö, das ist ein Vorurteil Echt? Ich habe noch nie was verwischt Weil ich halt schnell trockene Tusche Nee, ich glaube, das sind so Dinge, die hört man immer Aber das ist mir noch nie passiert Also die linke Hand ist nicht das Problem Aber wie gesagt, irgendwas war da los Ich hatte irgendeinen Stress im Leben vielleicht Das hat sich dann so ausgewirkt Und da war das mit der Schrift Die Comics, die in dieser Zeit entstanden sind Kann ich selber kaum lesen Die sind so krickelig Und da habe ich damals versucht Mit so einem Schriftfond zu arbeiten Das war aber damals technisch noch ganz am Anfang Ich musste da so ein Formular ausfüllen Wo ich die Buchstaben so rein Und natürlich, meine Buchstaben waren viel kleiner Als diese Kästchen Ich habe die auch nicht in die Mitte genau setzen können Wie das so ist Und das sah einfach scheiße aus Die tanzten dann immer Und ich habe mich dann nach Weil das dann auch besser wurde mit der Hand Das war dann wieder weg Keine Ahnung wahrscheinlich Da war der Stress dann weg Habe ich mich nie wieder weiter darum gekümmert Aber ich habe diesen aufwendigen Prozess mit dem Also ich zeichne und die Ich schreibe direkt auf das Blatt Das ist alles auf ein Blatt Und wenn ich dann mich verschreibe Oder wenn ich meine Der Satz muss anders kommen Ich überklebe das immer wieder Und das macht bei mir die halbe Mühe Beim Comiczeichen Das Schreiben Und da dachte ich Ich habe jetzt mal kurz so etwas anders gemacht Ich habe so eine Frankenstein-Kurzgeschichte gemacht Und da habe ich zum ersten Mal nicht meine Schrift genommen Sondern irgendeine Computerschrift Die ich ausgedruckt habe Und habe das dann aufgeklebt auf das Papier Das war super einfach Und jetzt war ich hier Und der Ralf ist ja so ein unglaublich liebenswürdiger Mensch Der immer so mitdenkt Und da sagte ich Ich kann mir doch einen Schriftform machen Und jetzt bin ich gespannt Wie ich damit umgehe Also es sieht erstmal gut aus Und wie lange dauert es noch Bis du dann direkt nur noch am Computer arbeitest Auch Zeichnen Ich glaube das werde ich nie machen Und dazu zeichne ich so gerne Also für mich ist Zeichnen Papier und Stift Und ich möchte danach auch Originale haben Also wenn das nur als Datei ist Ist das für mich irgendwie nicht anwesend Das geht aber in allen So ob das Musik ist oder Filme Wenn ich kein Cover habe Und ich habe das zum Anpacken Wir sind halt Ich bin so ein alter Sack Ich brauche das Material Und deswegen Ich werde glaube ich nie auf dem Computer zeichnen Ich weiß, dass es vereinfacht vieles Aber nee, das ist nicht mein Wunsch Würge, von dir wissen wir Du hast das mal versucht Es gab so einen Ausflug Machst du erzählen Naja, es zeichnen ja hier inzwischen Die meisten auf dem iPad Oder sonst irgendwie digital Und dann dachte ich Das sieht schick aus Und es geht schneller Und es könnte ja auch was sein Und es ist mir auch nicht gegeben Also ich kann immerhin kolorieren Und ich habe meine Schrift schon digitalisiert Das finde ich auch Das finde ich richtig toll Und richtig praktisch Das nicht per Hand zu schreiben Aber grundsätzlich zu zeichnen Geht es mir auch so Ich brauche das Material Also ich will Ich habe auch so einen Tick Dass ich mein Papier immer grundieren muss Was total aufwendig ist Und total bescheuert Aber irgendwie habe ich mich so daran gewöhnt Dass das eben dieses Raue ist Ich kaufe so ganz billiges Papier Und damit ich mit Tusche drauf zeichnen kann Versiegele ich das mit Fassadenfarbe Und dadurch habe ich diesen Pinselstrich Von dieser Farbe schon Und das ist ganz raue Und die Tusche verläuft halt nur Und das ist aber eine ganz bestimmte Textur An die habe ich mich so gewöhnt Dass irgendwie ich alle paar Wochen Irgendwie einen halben Tag Irgendwie stundenlang Streicheln muss Genau, Blätter streichen muss Die wellen sich dann total behämmert alles Und dann presse ich sie immer nach Damit sie wieder glatt sind Also völlig bescheuert Aber ich mag dieses Papier wahnsinnig gerne Und das ist so ganz rau und matt Und mit einer Feder Die auch relativ schnell kaputt geht Weil es so rau ist Und im Pinsel arbeite ich einfach gerne drauf Und das kann mir kein Weil dann auch ich Ja, du kannst was draufkleben Dann hat es auf dieses iPad Dann fühlt sich das genauso an Das kann mir niemand erzählen Dass sich jeweils ein iPad so anfühlt Wie mein komisches Papier Und das kannst du ja auch mit der Farbe bestreichen Ja, ich probiere es doch noch mal Eigentlich gleich Und rutschst du dann nicht mit dem Stift oder der Feder Auf diesen Strukturen auch mal ab Doch, aber das sind ja jetzt nicht so Canyon-artige Riffel Ist kein Raubputz Ist kein Raubputz, genau Aber das mag ich gerne Weil dadurch manchmal gibt es so Schlenker Und außerdem ist der Strich immer unterschiedlich So ein ganz bisschen Es ist ja eh bei einer Feder Aber das hat es fast noch mehr Da drauf Ha, cool Ja, habe ich noch nie gehört Ja, ist auch eigentlich nicht zum Nachmachen Weil es wahnsinnig aufwendig und blöd eigentlich ist Aber Gewohnheit Finden wir nicht Weil ich glaube, dass das so eine Form von Stil ist Und jeder von euch hat eben über die Jahre Auch so eine Form von Stil entwickelt Die einfach in diesen Arbeitsabläufen ist Oder entstanden ist Ja Das hast du sehr schön gesagt Einfach was zu sagen Wir haben übrigens nicht angestoßen miteinander Ach so Ja, das war es ja auch Ganz kalt Direkt eigentlich Prost Prost Aber vom Material her Sag ich mal Ich mache das jetzt seit 40 Jahren Und habe immer noch nicht mal ein bestimmtes Papier Also ich höre von anderen Kollegen immer Dass sie dieses Papier Das lassen sie sich manchmal auch anliefern Aus Japan und was der Teufel Weil es dieses Papier sein muss Oder die Tusche oder so Und ich habe immer Blöcke, wo die Qualität des Papiers Sich innerhalb des Blocks manchmal ändert Und dann habe ich dann plötzlich ein Blatt Papier Wo dann der Tuschestift oder der Feinliner Eben nicht sofort trocken ist Dann passiert das mit dem Verwischen Aber es hat weniger mit der linken Hand zu tun Als einfach mit so Arbeitest du mit Tuscherin? Mit Feinliner? Nein, Feinliner habe ich Ach Feinliner Aber das ist ja auch letztlich Eine schwarze Tinte Die eben auf dem Papier Wenn das nicht so vertrocknet Und das Papier Diesen bestimmten Sauggrad hat Sag ich mal Dann bleibt das ein paar Lass es nur Sekunden Zwei Sekunden sein Es ist dann auch scheuerlich Und dann fängt das Geschmierer an Und das macht mich wahnsinnig Und da habe ich so verzweifelt Das Papier gesucht Das das nicht macht Und habe ich heute noch nicht Das ändert sich immer Ich keine Ahnung Deswegen finde ich das ja Auch wenn du da viel Arbeit mit machst Aber wenn du dann weißt Was du hast Und das ist es dann Das ist auch schon was wert Haben wir Fragen zu fechnen? Sollen wir uns noch fragen? Ich habe Nein, ich fand das so schön Weil ihr euch so gegenseitig gefragt habt Da habe ich mich kurz gefragt Ob ihr den anderen jeweils Um einen Tipp fragen würdet Oder irgendwas Ein Tipp? Ein Tipp? Weiß ich nicht Also oder Interesse an der Arbeit des anderen So, ich stehe da eine runde Nase bei Runde Nase Papier Bearbeitung Nee, ich merke Dass ich irgendwie Das ist ja auch Ich könnte das Was ihr hier macht Gar nicht machen Also hier sitzen Und mir die ganze Zeit Irgendwie Input von allen zu holen Und dann noch zwei Dozenten Die einen sagen Rägt sie an Dann links der nächste Hier und dort Das würde mich verwirren Also ich bin schon irgendwie So ein bisschen Inzwischen Mit meinem Fassadenpapier Und meinen Federn Und so Habe ich mir irgendwie was Erarbeitet Dass ich immer so Ich habe fast ein bisschen Angst Also wenn ich dann was ganz Neues machen Also wenn ich jetzt zum Beispiel Farbig sein möchte Komplett Das wäre mein Ende Nimmst du trotzdem irgendwas mit aus dem Seminar Wo du sagst Das hast du von uns gelernt? Genau das war ja Ja klar Ganz viel im Prinzip Von jedem von euch irgendwas Also Naja schon Weil das Also sei es eine bestimmte Haltung Oder eben überhaupt auch jetzt Gerade ganz viel Diesen technischen Kram Also dass ich überhaupt bereit war Mir ein iPad zu kaufen Das Ich meine hallo Das fand ich schon Wo ist das iPad jetzt? Ja Dann habe ich meiner Tochter Das Abitur geschenkt Weil ich nicht unfähig war Damit umzugehen Weil alle haben immer gesagt Du das ist selbsterklärend Und der Stift Das fühlt sich genau gleich an Und das geht alles Mir hat sich gar nichts erklärt Bei dem Scheiß Teil Außer es ist meine andere Technik So alt Dass ich dieses Airdrop nicht machen konnte Und ich fand das irgendwie Ich fand das richtig scheiße Dass ich so viel Geld Dafür ausgegeben habe Aber die Tochter hat sich sicher Ja wenigstens konnte ich mich Jetzt bei der Einschleimung Mit so einem mega teuren Scheiß Hast du irgendwas mitgenommen Ralf? Was mitgenommen? Ja auch schon Also einige Teilnehmer Das war so unterschiedlich Manchmal Jetzt vom Zeichenniveau her Da gab es ein paar Teilnehmer Da wollte ich denen gerne vermitteln Vielleicht habe ich das auch ein bisschen Dass sie sich freizeichnen müssen Dass sie nicht so Sie haben da eine bestimmte Mimik drauf Von wie ein Gesicht zu funktionieren hat Also zwei Augen und so Aber das können sie dann Und dann haben sie das immer wieder so wiederholt Und ein bisschen Angst gehabt Dass vielleicht mal ein Strich daneben gehen könnte Diese Vorsicht dabei Das habe ich damals jedenfalls in meiner Ich habe ja Kunst studiert in Düsseldorf Und da habe ich von meiner Sehr resoluten Professorin damals Die einen echt fertig machen konnte Aber die hat manche Sachen Mir wirklich auf den Weg gegeben Und das war einfach Den Mut zu haben Dass es mal falsch ist Und nicht immer auf das was Auf das Resultat zu schielen Dass das jetzt unbedingt gut wird Und genauso gut wie das vorherige Gesicht Jetzt wenn es da umgeht Sondern einfach mal mit einem anderen Material Wild drauf los zu schmieren Mal einfach zwei, drei Stunden Nur Gesichter zu malen Und zwar mit einem bestimmten Tempo auch Und die ganzen Zufälle Die dabei passieren Sich danach mal anzugucken Das hilft mir Also ich mache das zwar jetzt nicht mit Wie ich das hier gesagt habe Mit Pinsel und so Aber ich nehme mir einen Stift Und ich kritzele einfach drauf los Und durch Zufall sehe ich dann Die Nase ist toll Und die würde zu dem Charakter passen Und das würde nicht passieren Wenn ich so vorsichtig bin Und versuche was zu finden Sondern man muss auch einfach mal Schnell schmieren Und da hatte ich den Eindruck Dass hier einige das so Sich noch nicht trauen Oder sich die Zeit nicht nehmen Denn das ist ja kein Resultat am Ende Sondern einfach so der Weg dahin Sich mal freizustrampeln Von so einer Ästhetik Die man meint begriffen zu haben Und die aber erst der Anfang ist Und das Gute ist Dass wir ja eben relativ sparsam sind Im Material Dass das ja geht Also ich meine Wenn ich jetzt eine teure Filmmamera habe Und irgendwie mega viel Filmmaterial Verballer Das ist ja was anderes Als wenn ich irgendwie Zehn Seiten mit einem Kuli voll kritze Und das habe ich hier aber auch Immer ziemlich oft gesagt Irgendwie es ist Scheitern ist gut Und ausprobieren ist gut Und es gehört dazu Aber mir ist eingefallen Was ich von euch allen mehr abgucken würde Wenn ich groß bin Möchte ich so zeichnen wie du Und wenn ich groß bin Möchte ich deinen Humor Und wenn ich groß bin Möchte ich so geil lesen können Wie du das So toll gewesen Wir können uns hier nur Der Humor Zu Humor gehört immer Intelligenz Oh das ist doch schön Also soll ich auch noch Deine Intelligenz Ja Reicht es jetzt dann mal Mit Humor und Intelligenz Oder Also hier waren einige Teilnehmer Die sind zeichnerisch so gut Teilweise so Dass ich dachte Also das wie sie es machen Das ist nicht mein Ding Deswegen war ich da auch gar nicht Also ich habe das gesehen Das ist super Ich muss denen gar nichts sagen Aber da habe ich jetzt für mich Nichts unbedingt rausgezogen Weil das ist so ein ganz eigener Stil Den ich jetzt für mich Nicht anstreben würde Aber es waren auch zwei Kandidaten dabei Da ist so ein ganz kleiner Anflug von Neid Das möchte ich auch können So Und das ist schon schön Wenn ich versuche rauszukriegen Wie die das hinkriegen Oder so Also ich habe das durchaus auch Als lehrreich empfunden Das war nämlich auch unsere Frage Du hast jetzt das erste Mal als Student gearbeitet Und Das gut gemacht Hast das sehr gut gemacht Sehr total Also ich hatte mit dir auch ein Aha-Erlebnis Als du tatsächlich mein Skript gelesen hast Das möchte ich gerne sagen Und es handelt sich eigentlich nur um eine Begrifflichkeit Die sich gedreht hat Und das war aber so eine ganze Welt Super Das wollte ich sagen Deswegen Also Hast du denn konkret was gelernt von uns? Oder hast du was über dich selber gelernt? Also über mich selber habe ich jede Menge gelernt Also ich verbringe mein Leben ja in Köln Und ich habe mal einen Freundeskreis Und wie das so ist Man trifft sich ab und zu zum Essen Oder dann hat einer Geburtstag Oder einer hat einen Erdbeerkuchen gebacken Aber eigentlich abgesehen davon Dass ich jetzt in einem Büro bin Mit Kollegen wie Sarah Burini Und Fellen und Lutz und so Ich habe da schon meine Kontakte Aber so dieses Dieses den ganzen Tag Von morgens bis abends quasi Gespräche führen Das sind ja sehr intensive Gespräche Die sogar manchmal sehr ins Persönliche gehen Weil die Geschichten ja oft den Aufhänger haben Die wollen autobiografische Geschichten erzählen Und so das ist ja nicht ohne Und da zuzuhören Und die Erfahrung dass ich Da hatte ich ja vorher Angst vor Dass ich da vielleicht gar nicht so viel zu sagen kann Dass mir da tatsächlich immer irgendwelche Gedanken kamen Die ich sagen konnte Und die ich für mich auch sinnvoll fand Die ich nur Nicht nur um etwas sagen zu willen Sondern dass ich wirklich dachte Da könnte der Knoten sein oder so Das fand ich für mich eine Erfahrung Dass ich das kann Das habe ich vorher so Ja noch nie gemacht Und da fährt man nach einer Woche Schon etwas beseelt nach Hause Ich weiß Da werde ich jetzt ein paar Tage erstmal aufarbeiten Und gucken Freust du dich schon Ein Schritt Ein Schritt für mich auch nach vorne gegangen zu sein Das ist schon eine Erfahrung Ich war nie Lehrer oder so Und jetzt ist das plötzlich so Dass es schön ist Wenn Leute was hören und einem danach sagen Es hat was gebracht Das ist neu Das habe ich so noch nicht gehabt Vielleicht noch eine Frage Wenn ihr wieder kommen dürftet Oder dürft ihr sicherlich Würdet ihr lieber als Teilnehmer mitnehmen Und irgendeinen Dozenten bestimmen können Die ihr wollt Oder wieder als Dozent Also ich würde gerne wieder als Dozentin kommen Ich wäre gar nicht Wie gesagt ich hätte gar nicht Interesse Teilnehmerin zu sein Außer euch zu sehen Schleimschleim Aber ähm Ich Also ich Ne Teilnehmer Du dürftest irgendjemanden als Dozenten bestimmen Und dann darfst du den eine Woche lang ausfragen und zulabern Muss nicht unbedingt ein Comiczeichner sein oder? Ne Von den Teilnehmern? Ne Irgendjemanden Kann auch tot sein Ist fantastisch Ja sagen wir mal so Das wird ein bisschen eklig Achso also so Die Frage ist grundsätzlich Also ich habe ja zwar gesagt Ich will nicht Teilnehmerin sein Aber wenn ich Dozentin ist ja natürlich erstmal besser Ich verstehe das Ja Aber Teilnehmer und dann dürftest du jemanden bestimmen Der dir eine Woche lang irgendwas erzählt Ich hätte gern Art Spiegelmann Und der lebt sogar noch Und der vielleicht möglich, ne? Ja Da komme ich auch als Teilnehmerin auf jeden Fall Ich bin gerade so begeistert von Ich hoffe ich spreche das wieder richtig aus Ich meine Fremdsprache Das ist mein Komplex hier gewesen Christophe Blanc Oder Blanc Christophe Blanc Der diesen Gast Und Sokrates der Halbhund Und so Ich liebe diesen Strich Ich fahre immer auf Minimalismus ab Und wenn jemand mit drei Strichen ein Pferd zeichnet Das vorne und hinten nicht stimmt Aber es ist ein Pferd Man sieht es sofort Und es ist ein tolles Pferd Dann könnte ich immer niederknien Und so Ich mache mir da immer viel zu viel Kopf Wenn ich ein Pferd zeichne Das ist für mich fast unmöglich Ich finde auch Pferd und Fahrrad Ja Oder Wendeltreppe Oder Wendeltreppe Ja Jetzt kommen wir tatsächlich auch zu dem Part Wo wir immer zeichnen Aber vorher stellen wir noch eine Frage Die wichtigste Frage Zeichnen? Das habe ich immer gesagt Haben wir euch nicht gesagt? Wir sagen gleich auch warum Sehr pragmatischen Grund Erstmal die Frage Der oder das Comic? Ach das hatten wir jetzt gerade schon nicht Der Comic Sehr gut Ich glaube da steht jetzt 9 zu 2 Ja Ich glaube es wird langsam eindeutig Aber erst dann habe ich das gesagt Da wurde ich gerüffelt Deswegen Ja das ist richtig so Genau Der Grund ist Die Stupier ist noch nicht voll Wir brauchen Stupier-Beiträger Und ihr dürft jetzt irgendwas Interessantes für die Stupier zeichnen Was euch in den Kopf sagen? Also beim letzten Mal haben wir auch uns einfach random mäßig viele Begriffe ausgedacht Falls das einfach ist für uns Begriffe die wir dann zeichnen sollen? Da kommt bestimmt Fahrrad und Pferd Fahrrad? Fahrrad? Ja Ein Pferd Das auf einem Fahrrad eine Wendel Das wäre schlecht Ich glaube ich muss gehen Ah Ihr macht ja echt Sachen Wieso kann man das Comic Zeichnen sich einfach nur labern? Wieso ist das immer noch? Ja warum? Ja Und das soll jetzt mit Zeit Ach ne ich weiß es Die hat noch gar keine Fühler Ist das die Rauche von Adventure-Hun? Ja weil ich bin so ein bisschen traurig Ich hätte eigentlich die Rolle ja lesen sollen Aber gestern ging es mir nicht gut Ich hatte so den mega Tropfee Und die Vorstellung neben dem Adventure-Hun zu sitzen Das hätte ich dann Das hätte ich ausfüllen können Die Szene mit dem U Dann gucken wir uns nicht Jetzt wie gehen wir ein Egel davon Das muss ich fehlen Man zeichnen kann Also ich weiß nicht Meinst du den Egel von Eine Kartoffel Eine Kartoffel mit Nadeln Ja Wie Nils das gesagt hat Nein das kann ich jetzt nicht Ich glaube man das wird nichts Echt? Nein das ist großartig Ja aber ich weiß jetzt schon ob ich hinaus will Das ist genau wie bei einer Signierstunde, wenn man da zwei Stunden gesessen hat und der Letzte sagt, mach mir mal was Lustiges, dann stellt dir nichts an. Aber meistens hat man ja immer was Lustiges im Kopf und dann zeichnet man das auch immer, oder? Nee, das ist nur bei dir so. Ich habe die ganze Zeit was Lustiges gezeigt. Nee, aber man zeichnet immer dasselbe. Nee, ich mache das nicht immer dasselbe. Aber wir sind jetzt auch die Ersten in der Signierschlange. Das stimmt. Wir dürfen schmalen, dass ich da nicht mal wiederkomme. Sie sehen den Zeichner bei einer Blockade. Das kommt ja auch vor. Ja, ja, eben. Ich mochte oder ich liebe ja deine Art vorzulesen. Abraham! Und vor allem habe ich total die Szene gefeiert mit der... Hilf mir mal. Oh Gott, das war so toll. Ja, das ist wirklich großartig. Soll ich das zeichnen? Ja, wie er einfach nur da sitzt. Achso. Wenn ich keine Copics habe und grau kaufen, dann ist das so. Ja, ich habe weder mein gestrichenes Papier noch meine Kledern und so. Ich meine, hallo, das sind echt erschwerte Bedingungen. Das ist nicht das richtige Getränk. Ja. Genau. Wie bei so einem Booking von Stars. Überall nur diese iPads. Wo sind die Hundewelten? Wie soll ich so arbeiten? Ja. Keine Maracuja-Schorla am Start. Ja, stimmt. Das war ganz am Anfang auch gefragt. Jojo, ich würde sagen, wir haben noch viel zu lernen. Ja, das stimmt. Leider werden wir nie dazu kommen. Also, eigentlich könnten wir ja jetzt nochmal fragen, was ihr von uns gelernt habt. Ja, bitte, bitte. Nur mal so. Ja, 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 ja. Einiges. Das ist schon mal ein sehr schönes Rauszögern. Ich zögere raus, aber ich habe ja eben schon dem Ralf gesagt, was ich von ihm gelernt habe. Und zwar ganz konkret bei mir in der Geschichte. Ich war leider, Ralf, ich hätte gerne auch mehr mit dir gesprochen. Ich war nur so ein bisschen, dass ich gedacht habe, ich bin an einem Punkt, wo ich sehr viel Feedback hatte. Und mir das vielleicht zu viel war. Aber nichtdestotrotz fand ich deinen Input sehr gut, den du da gegeben hast. Also, das war ein ganz konkretes Lernen am Fall. In der Story. Indem man einfach nur die Bedeutung dreht. Von Birgit habe ich so viel gelernt, da weiß ich gar nicht, wie ich anfangen soll. Weil sie ja mal vielleicht schon zwei Jahre begleitet hat und so. Ich hatte mit Birgit ja zumindest ein Gespräch. Da habe ich was konkret auch am Fall gelernt von meiner Geschichte. Adonis? Adonis kommt immer zuerst. Ein Adonis kommt zuerst, genau. Das ist die Grundregel, die mir nicht bewusst war. Und von Ralf habe ich nicht direkt gehört. Wir haben uns, glaube ich, auch nie wirklich lange unterhalten. Weil du schon so weit warst. Und ich fand das großartig, was du gemacht hast. Mit diesem Online, mit diesem Website. Mit diesem Website. Mit diesem Website. Ich kann es gar nicht verstehen, dass du das nicht professionell und davon noch profitierst. Du bist so alt, wo ich Bücher und Papier anfasse. Das sind Plätze. Nein, nicht wegen Papier. Du kannst es ja so machen. Aber das ist so gut, dass ich denke, das müsste viel berühmter sein. Das finde ich aber auch. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich habe ja diese eine Szene von dir gezeichnet, wie du Grillkäse entdeckt hast, was ich sehr schön fand. Und ich habe ja mit Knollnasen früher angefangen. Und vielleicht sollte ich auch einfach mit mehr Knollnasen wieder zeichnen. Wo hat sich das hin entwickelt? Das macht Spaß. Zu weniger Knollnasen. Ah. Der Nils hat aber hier einen Film von Arte vorgestellt, den ich noch nicht kannte, wo es um den Vergleich Frankreich-Deutschland ging mit Comics und so. Und da wurden wir Al Brösel, Walter Mörs und ich als Triumphirat in den 80er Jahren auch vorgestellt, dass wir hier die Comic-Cracks waren. Und dann sagte die Moderatorin ganz cool, aber Knollnasen sind heute out. Mit meinem Bild, das war im Fernsehen. Gut, dass ich das nicht wusste. Wenn ich jetzt hier nicht beim Seminar so viele schöne Erlebnisse gehabt hätte, hätte ich gedacht, okay, vergiss es. Aber es kommt wieder, Ralf. Alles kommt wieder. Ich glaube, Knollnasen auch. Jetzt musst du, kannst du da so nah dran irgendwie, dann mach ich mal kurz irgendwie. Ich kann das schieben, behalte du das einfach mal, aber ein bisschen näher ran. So, gerade drauf. Jetzt erst auf ihn, nur auf ihn, wie er da sitzt, okay. So, und jetzt. Also, du hältst. Macbeth? Ja? Was machst du? Ich sitze. Du sitzt? Wolltest du nicht den König umbringen? Nein. Aber jetzt machen wir nicht das Ganze durch. Einfach nicht. Sehr schön. Oh, danke. Ja. Ja, sehr schön. Ich hatte jetzt so aufgeregt. Ich hatte kurz Angst in dir. Ich hab die kurz halt kaputt gemacht. Also, ich hab wirklich sehr geschwitzt. Ja, natürlich. Ja, das muss ich etwa sagen. Aber toll, dass du da warst. Ich werd jetzt auch rot. Kann man halt nicht leugnen. Puh. Das war sehr angenehm. Verkastisch. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, das war's auch mit dem Comic-Talk. Wir sehen uns vielleicht in zwei Jahren wieder. Genau, das war's auch mit dem Comic-Seminar. Genau. Nochmal einen großen Applaus an unsere Dozenten. Und an euch. Und an euch. Genau. Wir werden sehr vermitteln. Und da sieht man, was die anderen auch gesagt haben, auch im Internet. Im Internet. Im Internet. Das hab ich ja wieder nicht. Jetzt muss ich wieder meinen Freunden beauftragen, das zu finden. Wir machen hier so eine Kassette. Wir schicken hier eine Kassette. Ja, genau. Eine Video-VHS-Kassette. Ja, genau. Danke. Dankeschön. Ja, danke. Ich spreche jetzt.